Wir bauen hier Sondermaschinen für die Industrie. Derzeit suchen wir Mechaniker, Elektriker und Schweißer. Spaß bringt mir die Abwechslung, dass man nicht immer das gleiche macht. Ich bin stolz darauf, mittlerweile schon drei Jahre hier zu sein. Man sieht, was man produziert hat. Man baut diese Teile hier auch zusammen und das gefällt mir bei der Gintecke. Es ist auch bei uns so, dass nicht jede Abteilung für sich alleine arbeitet, sondern die Unterstützung ist von jeder Abteilung da. Wir bieten unseren Mitarbeitern hier auch im Zuge unseres Wachstums die Möglichkeit, sich weiter zu qualifizieren und in andere Positionen aufzusteigen. Maschinenbau ist Teamwork. Von der ersten Skizze bis zur letzten Schraube. So läuft dich jetzt! Take care! Ja, 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 ja